In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem digitalen Business Model Music Streaming. Wie ich schon einige Male versucht habe darzulegen, ist ein Geschäftsmodell erstmal unabhängig von Unternehmen beschreib- und definierbar. Und wenn wir uns Music Streaming anschauen, dann haben wir auf der einen Seite die technische Konzeption dieses Dienstes und auf der anderen Seite geht es im Geschäftsmodell Music Streaming darum, dass die Austauschbeziehung zwischen Hörerinnen und Hörern und den Anbietenden von Musik, also Künstlern und Labels, über digitale Plattformen zustande kommen und von den Plattformen gestaltet werden. Das ist also ja die Kernidee des Music Streaming Business Models und dafür brauchen wir natürlich die technische Realisierbarkeit dieses Music Streamings und das ist in dem oberen Teil, in dem ersten Absatz, definiert. Also Music Streaming ist die Übertragung von Musiktiteln mittels digitaler und internetbasierter Streaming-Technologie. Und die Nutzenden können die Lieder mittels Streaming oder in einer eingeschränkt nutzbaren, heruntergeladenen Version abrufen und anhören. Wichtig ist beim Streaming, dass die Titel eben in beiden Fällen, sowohl technisch Streaming als auch temporären Download, nicht den Nutzenden gehören und diese eben auch nicht dauerhaft auf den eigenen Computern gespeichert werden können. Das ist ja die allgemeine Definition erstmal von Music Streaming und wie ich gerade schon erwähnt habe, ist das Business Model die Gestaltung der Transaktion rund um Musik. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, dann können wir uns die einzelnen Teile des Business Models näher anschauen. Tauchen wir in den Kernnutzen für die Gruppen ein. Zum einen ist es für die Hörerinnen und Hörer erstmal die Möglichkeit, einfach und schnell und legal Zugang zu der Musik bekommen, die sie wirklich wollen und das noch in einer guten Streaming-Qualität, was dann die Anbietenden ermöglichen müssen. Und für die Künstlerinnen und Künstler bzw. die Labels und den Vertrieb ist es möglich, einen zusätzlichen Erlöskanal und Vertriebskanal zu erschließen und mit der eigenen Musik Geld zu verdienen. Zudem erhalten sie von den digitalen Plattformen Daten über die Nutzung ihrer Musik und erhalten Fans, die sie für sich gewinnen können und idealerweise vielleicht für andere Produkte dann konvertieren können. Also idealerweise dann in Konzerte etc. Und umgekehrt schauen wir uns natürlich an, was ist die Viability innerhalb dieses Business Models. Denn ich frage ja nicht nur, welche Transaktionen gestalte ich positiv im Sinne des Nutzens für jede Gruppe, sondern was haben nachher auch die Anbietenden des Geschäftsmodells von dieser Umsetzung. Und hier kann ich praktisch sagen, es geht erst einmal auf Seiten der Hörenden um die Anmeldungen, um die Nutzungsdaten und dann idealerweise Geld für die Musiknutzung zu bekommen oder, und das sehen wir an einem Case wie Spotify später, darum bestimmte Features sich bezahlen zu lassen und vielleicht die Grundnutzen Musik hören kostenlos zu lassen. Also wir wollen Daten, wir wollen Nutzer gewinnen und wir wollen Erlöse erzielen mit den Hörerinnen und Hörern. Und von der anderen Gruppe brauchen wir dafür die Verwertungsrechte und natürlich die technischen Dateien und Inhalte rund um die Musik, die die Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung stellen müssen, also Biografien, Coverbilder etc. Und damit können wir das Modell eigentlich schon zusammenfügen und beschreiben. Music Streaming ist also ein Geschäftsmodell, das Künstler und Hörer zusammenbringt über zwei digitale Plattformen. Auf der Plattform der Artists kann ich die Dateien hochladen, gebe dort meine Verwertungsrechte für die spezielle Verwertungsform ab und gebe Zusatzmaterialien wie Biografien, Texte etc. an, damit daraus ein Musikangebot für die Hörer und Hörerinnen erstellt werden kann, auf der Streaming-Plattform, also auf der anderen Seite. Und dafür müssen sich die Userinnen anmelden, sie müssen ihre Daten hinterlegen, sie hinterlassen Streaming-Daten und idealerweise zahlen sie Geld für die Nutzung und dieses Geld schütten wir wieder an die Artists aus. Also idealerweise entsteht ein Kreislauf, bei dem die Künstler Dateien hochladen, wir daraus auf der Plattform ein gutes Angebot, einen guten Nutzen erstellen für die Hörenden, diese zahlen und hinterlassen Daten und so entsteht die Utility wiederum für die Künstler, die Daten bekommen und Geld. Im Kern ist also das Streaming-Business-Model, Music-Streaming-Business-Model, relativ einfach zu erklären und schnell zu erklären, denn wir haben zwei Gruppen, zwei Utilities und zwei Viabilities und daraus machen wir ein einfach verständliches digitales Geschäftsmodell, bei dem über die Plattform Dateien und Geld ausgetauscht werden und wir davon als Anbietende des Modells wirtschaftlich profitieren. Typische Anbieter dieses Geschäftsmodells sind ja Spotify, dieser Tidal, Apple Music, Amazon Music und so weiter. Und den speziellen Case von Spotify schauen wir uns im nächsten Video an.